und angreifen und blumenfokus sauber wird karakter verwirrt die katzen immer weiter verwirren ja verwirren es hält nur 1 2 züge aber das reicht nicht klappt es auch nicht immer aber wenn es klappt es gut auch hier heim sollen sich die katzen selbst erledigen okay das war mehr sogar eine einzige ist doch wir könnten sogar überleben ich hoffe ja ich glaube jetzt ist der andere generator auch hin so bringt jetzt hier nichts aber zumindest weiteres bluten ja die katze ist nicht mehr verwirrt ich hoffe dass ich vorher dran bin ne anscheinend nicht ich habe gerade erst hier halt egal ist so verwirren die am fluten drauf das heißt die kriegen jedes mal damage wenn sie dran sind sind bereit für den tupper mech markt 3 stellen wir uns vielleicht ein geschütz hin wenn immer die dann hochkommen auf diese linie schießt dann dass sie schützt wenn es dran ist das ist gut so macht er hinten sein schutzschild kann er ja machen darf man wieder heilen weg mit der blutung weg mit angewiedert sein und politik zurück wunderbar ich mag ja nicht kenne ist cool ich bin mir ganz sicher ich hab so mein geschützt mit war das verloren diesmal hat es nicht ganz geklappt da oben mit der katze ziel erfasst kann ich jetzt rücker neutralisiere so ist es nur drei katzen jetzt wahrscheinlich viel zu machen außer hier ständig in angriff zu verstärken und ständig sich zu schützen so bluten zumindest auf einen drauf ich mag jetzt kein angriff der ist so genial das tut sauber weh sauberer greift die an damit sind sie auch angewiedert jetzt habe ich am generator rum gepusht nicht ganz damit er weiter für wird bleibt die zweite um nach ziel systeme online nimm das nicht bei deinem kratzer ein echtes qualitätsprodukt naja an die wird ist egal ich finde das geil wenn topotose kotzt er macht nichts die friedempel werden siegen so alt da ich ein cyborg bin die katze ist dauernd bleibt nur noch die untere damit ist dieser kampf zumindest die wand über springen naja ich kann auch nicht hauen sehe ich gerade weil kenny hier steht und blockiert ist egal zumindest ist der ähm da unten hätte ich mal nicht diesen kopf gedrückt passt kann ich gar nichts machen superdose hält alles frisch kann man nicht schützen stellen ja nicht da scheiße wollte ich die andere seite machen egal geschützt ist dran schießt an katze kommt nicht weg muss das geschützt angreifen und ich kann mich wieder hinterstellen und sollte die katze erreichen können perfekt dann ist sie verwirrt hat bluten drauf kriegt von geschützt und ich war eine runde ziel getroffen bestätige schaden habe heute zwei linke hände einfach nur damit die katze dann vorkommt superdose aktivieren kann aber nicht machen nur platztauschern auch blöd hier rüber da müsste schock schaden kriegen ich weiß was ich tue ja doch nicht rückschluss combo mit effekt los von der arsch fluten elektro drauf feierabend das war das gewonnen erste etage sauber zweite etage macht mir eine sorge mutierte sechs klassen viel asher besiegen das ergibt einfach keinen sinn so glas mit arsch gut auch nicht verkehrt alles mitnehmen meine armen viecher wir müssen aus dem labor raus vielleicht vielleicht können wir durch die größeren räume hier lang kinder sechs klässler sind schon mal aus schon okay in der tourbahn sind wir sicher die tourbahn geht nicht mehr jemand muss zum hauptprozessor und die überbrückung aktivieren wo ist der prozessor im dritten stock war blöd den dazu platzieren oder jemand muss also runter und den schalter betätigen 1 2 3 ich nicht ich nicht ich nicht ich nicht sorry aber du bist die einzige logische wahl dafür ja eigentlich bist du schon an allem hier schuld ja das hört sich schon mal fantastisch an also ich darf da allein runter mich mit den sechs klässlern und den mutierten gorilla auf dem da hinten anlegen und katzen fischen super so ein dreck ah der shoot ist schon klar ah sechsklässler doch hehehe was ist da eigentlich los scheiße ach hier ist das gift ok bin ich noch nicht durch taumendes derwisch-rezept taumendes derwisch-rezept 105 brauchen wir nicht 29 gesundheitsbonus für alle kritische trefferchancen naja dann bleibe ich bei den crit warte das kann bestimmt wegpusten übereinstimmung genau toolchat der richtige für jeden job dann jeff hier gehts wie großart ich hab hier lange nicht gesprochen ne ganze woche bin ich hier zum senden so geil so geil dann war es safe die treppe ist direkt hinter dieser Tür aber die Tür lässt sich ohne Strom nicht öffnen der sinn von Treppen ist doch dass man keinen Strom braucht wenn der Generator da läuft geht die Tür zur Treppe auf das ist hier schwert das hört sich schon an nach ähm nach ähm hier Mr. Diabetes das kann man bestimmt decken ich würde sagen erst mal hacken doch irgendwie mein lieblinge links ins aufpacken ok das gehts das geht zwar auf aber ist Laser dran also zeit 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 genau pausieren damit sich ja durchkommen das ding brauch ich dann für den generator okay so weit ist gut das ding muss da rein damit kriegt dass du durch jetzt muss ich auch die zeit zurücksetzen weil er muss ja das ding da reinkriegen die generator ja genau jetzt geht zur treppe und dann runter in den dritten stock ich könnte wetten während die alle mit der bahn fahren muss ich laufen irgendwas selbstmordmäßiges okay okay jetzt an meinem toten sohn vorbei weiter nach westen ich kenne wetten so tut es ja ja nicht tatsächlich gibt's makaronis vernichtungsumkipper 15 gesundheitswiederherstellung nein es gibt aber keine makaronis und hier sind wir 40 42 davon auch ein bisschen ein taco supreme verbrauchsgegenstand kolossale gesundheit ach so was könnt ihr brauchen das bräuchte so verkaufen artefakte 80er brauchen wir nicht oder behalten 80er brauchen gar nicht 95er kann man ja noch behalten ja gut das war ein easy kampf die armen wissenschaftler alle sterben können wetten in sechs klasse 6 klasse kommt bestimmt mal das ist weg mussten durch hat der richtige für jeden job kiste erledigt irgendwas passiert dann panik raum denken werde ich bestimmt alle los jetzt steckst du ganz schön in der klampe ja jetzt habe ich dich leider hier fällt etwas aus hier grün kein signal und einschalten ok das heißt kampf das heißt ablenken ok schnell pause gedrückt in panik knopf gedrückt ich panik musste sie machen ok dann sind die dann abgelenkt und ich kämpfe gegen diese bestimmt so stark oder warte mal ab oh ja gleich zwei so ist sie durch küsste diesen einherstigen vierklässler scheiben klasse du kannst sie nicht ewig verstecken du versperrst mir die sicht auf pippen schwein gehabt mürderische sein kopf neue dna was ich was gemacht ah plus um 20 plus um 20 gesundheit bleibt gleich alles geht drauf das ist ja gut an hier nicht dann nehme ich mal die unmenschliche stärke her damit aber wir wollen mich kämpfen das ist alles nichts ach tun oder stärke ach du scheiße besiege die mehr erschicken sechs klässler ach sind wir alle ich sagte klubs auf die zenten freimachen du hast mir gar nichts zu sagen ok ich will zenten klubschen zenten sind für alle da explodieren verbunden schaden komm her du knerps sind trotzdem massenhaft affen wie beliebens gut am lieb ja 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 Tim will nicht schreiben will aber auch geht nicht dann feuer frei geht mich auf distanz machen die explodieren die schwanger nach der spiel ist angeblutet und die weg explodieren und schaden ist okay das ist okay ich mache gerade eine menge durch und ich habe das hat man richtig weh los geht's wir treffen uns zumindest zwei keine gnade recht bewahren unschuldige schützen muss ich ein ist alles mischt schon besser euch zu verklappen hat wenigstens therapeutische wirkung nach einer erledigt nein schein kleister kleine vierkästen was war das die gedacht okay jetzt kann ich entweder bluten oder heilen ich muss heilen brauche den sag mal ne das kann den dings machen kenny dann bluten zu sagen jetzt sind machen sollen hätte ich drei getroffen du bist definitiv zur falschen zeitanfang so springen wir sorgen dafür dass hier vorne der explodiert das war vielleicht eine blöde idee einzige an den ich rankomme und abwarten weil topodose steht daneben das heißt topodose down ja warum blöde kampf der vorzackte ist so richtig in sich die ultimative kraft ist bereit dass sie da hinten stehen bleiben und kenny kann ich kann nicht sterben aber du hast auch einen hat das scheiße ich stand da unperfekt hätte ich alle drei treffen können frage sagt ihr seid sagt da kommt ein selbst not so jetzt aber plan b heilen hätte das sicher auch gemacht jetzt Okay, hier treffen wir drei. Die sind zumindest verwirrt danach. Ein neuer Skill mit Superquake, weil sie sind ja zwei der besten Freunde. So, wenn ich jetzt ganz viel Glück habe, greifen die sich alle gegenseitig an. Nee. Shit. Okay, Candy geht auf, das ist nicht gerade wild.